Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Testeria! Ich bin nicht so sehr, hörst du? Ich muss dir zwar nichts sagen, aber Jungs, gib mir ein bisschen an, wenn wir in der Nähe sind. Hey! Gar nicht wahr. Ich nicht. Ich gebe nie an, dass ich nur alleine bin. Ich habe keine Freunde. Du hast sie eben nicht gehört, oder? Okay, okay. Sie hat das nicht gehört, das ist sehr gut. Oh, okay, jetzt nichts. Waren wir eh schon mal in der Ecke. Ich bin auch immer woanders, oder? Und Sinti, ja, was? Was sagst du? Keine Folge, bei dir wird es eine gute Sache gehen. Sorry, Sli, warst du als Testeria gebracht. Also, es ist deine Aufgabe, sich umsichtbar. Du bist so eine dumme Sau! Sinti, ja, ich hasse dich! I hate you more than the things I ever do in my life before. Äh, ich würde auch gerne wissen, wie man hier rauszoomt, wenn man nicht... Ach so. Den Tasten, okay, okay. Okay, wir müssen da hin zurück. Eigentlich war es ja fast klar, dass wir nicht nach unten dürfen, aber hey. Auf geht's! Dumm, 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 dumm. Da ist ein Pricklebore! Also, das ist eine, oder? Der Fleisch ist leicht zu schrauben, wenn es smoked ist, und super schmeckt. Und die Haut hat auch viele verschiedene Verwendungen. Ich fühle mich fast auf. Willst du weg? Nein, mein Geist ist bereit. Besonders, ich kann nicht diesen typischen Erfahrung nach Hause zurückbekommen. Okay. Here we go! Okay. Dann. Komm her, schwein! I killed this schwein! Hey! Pretty smooth moves! Thank you! You're rather capable yourself! Huss! Aua! Shhh! 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 Wow! 72er-Found. Das war quasi... BED! So. Okay! Guess we need a few more. Hm. Hm. I don't see any around. You'll find him if you look. Hm. Ich meine, hier sieht man die auch. Okay, okay. Gibt es bestimmt noch einige. Da! Da! Oh. Da-bada-bap-bap-bap-bap-bap-bap-bap. Bereit? Ich muss feststellen, dass du dich da hast. Und... Nein! Okay. Noch immer ausprobiert, aber... Oh! Ich höre sich auf Auspunkte, wenn das so weitergeht, dann werden wir ja irgendwann mächtig. Ich bin bereit! Das ist das! Huh! In das Busch! Hektis Busch! Hektis Junior! Ich habe die Gel fertig vorbereitet. Danke für die Erklärung von all diesen Bräuchern. Ich habe heute viel von dir gelernt. Ich sammle acht Fälle und gehe nach Hause. Okay, acht Fälle. Diese haben wir eigentlich. Noch eins fehlt. Okay, noch eins fehlt. Ah! Oh! Oh! Okay, ist da auch noch. Mit! Krankes Leben! Herzlichen Glückwunsch! Da-da-da-dam! Okay! Ich denke, wir haben genug geklappt. Also, was machen wir jetzt? Dann nicht mehr, dass ich euch angeln werde. Okay, ich werde dir zeigen, wie ich mit der Karte machen werde. Ich bin zurück und schlafen hier aus. Ich bin wirklich in deiner Gefahr, Sarray. Okay, let's head home for the day. Okay, let's head home for the day. A day off is a day good for me. So. Wow, das war der beste Tag meines Lebens. Mann, schaub quasi voll viel gejagt. Du war der Held des Tages. Das war der Held des Tages. Das war der Held des Tages. Hey, wie weit ist es, Lady Lake? Mal sehen. Ich erwarte zwei oder drei Tage. Das ist nicht weit, ne? Ich hatte keine Ahnung, dass es so nah war. Aber die Held des Bands der Hände ist sehr leicht, zu verloren zu verloren. Das muss die Kraft des Gramps der Hände sein. Das ist unmöglich, weil hier soll ja keiner hinkommen. Hallo? Kommt sie aus der Hauptstadt? Vorher müssen wir alle Weisheiten weitergeben, die wir über die Natur beigragt haben. Mach ich doch. Mach ich doch. Jetzt bin ich so. Ähm. Wie ist es hier dran? Da ist es ihndr Punkten 3 auf dem Haufen. Ganz ehrlich. I don't understand that. Was macht ihr hier so? Bilde ich mir das ein oder? Habt ihr wirklich zu viel Spaß? Was? Wie kann man zu viel Spaß haben? Es ist aber nur so wenig Spaß. Was willst du in dem Haus da oben? Hättest du gerne Damen, sie leben mit deinem König in dieser Stadt? Ich hoffe, das König heißt Highland, das weiß gar nichts über mein Land, oder? Andererseits wusste ich auch was, die zu diesem Ort, bevor ich herkomme. Da sitzen wir am selben Boden. Und das. Ja, das war doch schon. Dann labbert er durch, okay. Kann ich jetzt in Südzeit mit Opa reden? Opa! Hm, er redet nicht gerne mit mir, okay. Ich dachte, hier drinnen kommt ein neues Gesprächsoption. Komm, gibt es hier so viele Häuser, oder? Ja. Entweder nimmst du es einfach nur gut hin, oder ich in die Insel kann in der Menschen und will dich einfach nur töten. Ja. Alles ist möglich heutzutage mit diesem Bisschen da draußen, der da abgeht. So, wir speisern noch mal und gehen dann ganz kurz, soll ich schon sagen. Nein! Nein! Ähm, ja. Hier rein. Kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie mit, kommen Sie rein, kommen Sie raus, können Sie reingucken. Ja. 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 Wer weiß. Es gibt nichts mehr zu halten, aber legends. Ich wünsche dir, warum du... Oh, keine Ahnung. Ich werde nicht fragen. Ich denke, ich werde nur die Heiheer hier selbst schlafen. Schau dir gut. Good Morgen. So, ich bin ready to start. Also ist unter uns die Welt in einem erbärmlichen Zustand. Ich glaube, jetzt haben sie sich nicht mehr verändert. Ja, ich sage, genau ist es gleich. Ne gut, dann können wir ja mit ihr reden. Hallo? Am Anfang? Am Anfang? Ja, ja. So, was musst du mir tun? Sorry, dass du dich so zu arbeiten bringen kannst. Oh, ich bin ziemlich nahe. Mit deiner Hilfe kann ich morgen morgen gehen. Vielen Dank. Ja, großartig. Na, besser für morgen. Ich werde Gramps wissen. Ich wünschte, ich hätte ihr mehr über die Welt unter uns gefragt. Kommt überhaupt nicht merkwürdig, wenn man so etwas sagt, wie... Ja, ich werde doch nochmal Opa-Bescheid sagen, wie oben, wo ich eh alleine lebe. Ist das ja kalt und... Das ist ja nicht komisch oder so. Das ist... Ja, doch merkwürdig. Ach, Cynthia. Hallo, Cynthia. Es könnte sein, dass die Unterland von der Polizei erzählt. Allerdings wird sein, dass jemand glauben würde. Wann, du nervst. Weißt das? Sind alle bereit zum Aufbruch? Sieht aus, als würden wir die 17 noch heilüberstehen. Ja. 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 Okay. Was auch immer du willst. Alter, verwirrter Mann. Okay. Hier oben stehen noch zwei Euro. Es wird langsam Nacht. Geht doch schlafen, Mann. Finde ich so viele Leute und noch so wenig Häuser. Das ist gruselig. Hallo? Hallo? Ja, du hast keinen Grund, dich aufzureden, sorry. Es ist dich nicht der Hirte. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Offenbar hat im Unterland ein Zeitalter begonnen, dass sie das Zeitalter des Chaos nennen. Wir können nichts dagegen tun. Hätten wir die Macht zu läutern, wäre das vielleicht etwas anderes. Ja. Natürlich. Rotaschnur raus. Lass die Menschen mit einem qualvollen Tode sterben. Was soll's? Wir können ja eh nichts machen. Es gibt zu sagen, nicht mehr viele Menschen, die genügendes Sondanz aufweisen, um Herr Seraphim zu sehen. Wie traurig. Ja, echt traurig, ne? Die Sondanz war ein nächstes Geschenk für uns, sorry. Ob du allerdings genauso denkst, ist eine ganz andere. Er hat mich entführt, bestimmt hat er mich entführt. Er weiß schon, was passiert ist damals. Grandfather Kool, hello Grandfather Kool. Ach, jetzt redest du mit mir auch. Hey Grams, sie sagt, sie ist morgen wieder verlassen. Ich verstehe. Wir werden alle sicher, dass sie sich anschauen. Nachher muss man immer wieder aufzurechtig sein, zu einem Gast. Danke. Äh. Grins. Oh, es ist nicht so. Ich glaube, ich glaube. Alicia. Huh? Das ist mein Name. Alicia Difta. Alicia? Du wirst sogar nicht wissen, wer ich war. Und du hast mir geholfen, ohne mich zu fragen. Wobei ich nur von mir gedacht habe. Ich habe dich ohne einen Namen zu nennen. Als König, bin ich schuldig. Bitte find es in dein Herz, um mich zu entschuldigen. Es ist okay. Ich muss etwas sagen. Hm? Ich weiß, dass es so strange ist, aber ich glaube, dass die Seraphim wirklich existieren. Die Myths und Legende, die in der Selestierung sind, müssen mehr als nur fairy tales. Ja. Diese Krise, die befallen unsere Welt. Ich glaube, dass nur diejenigen, die gesprochen von in den Ärzten, in den Ärzten können, wirklich zu entschuldigen. Der Shepard, meinst du? Nein. Du wirst mich nicht zu entschuldigen? Alle in der Stadt machen. Natürlich nicht. Du bist ein wahrer Mensch. Du kennst das? Du kennst das? Ich? Ich bin? Zeit, um zu gehen. Aber bitte, gib mir etwas ernstes Gedanken, wenn du Zeit hast. Warum? Der Shepard, den ich in meinem Kopf sehe, wenn ich die Geschichte lege. Ich muss sagen, er mich sehr an dich erinnert. Was ist das? Gramps hat mich gefragt, um die Ruins zu suchen, um die Frau zu finden. Ich bin da da, zu schauen. Also, das ist Alicia? Das ist die Krest des Highland. Ich glaube, diese Alicia ist eine normale Nacht. Ich weiß, das ist schwierig für dich, aber es ist wirklich für die besten. Gramps? Hm. Niemand hat mich verletziert. Blast in damnation! Hidt in deine Präsenz, oder? Crafty bugger! Alle! Be warned! Da ist ein Intruder in unserem Raum! Find sie! Sie haben ihre Präsenz. So, die Chance sind gut. Es ist ein Hellion! Search mit extremem Wettbewerb! Wir gehen, auch. Sehr gut! Wenn es ein Hellion ist, müssen die schnellen Maßnahmen nehmen. Ich bin auf dich! Ich habe eine Chance, dass wir ihn rund der Wald finden. Gute Idee! Hm. Ein königliches Messer haben wir. Ein Hellion eindringen? Geht es allen gut? Sie können selbst auf sich aufpassen. Man sagt, dann passt Opau noch auf sie auf. Ein bisschen zum Wald. Wenn ich mich nicht die Ohren verstecken... Wenn ich mich irgendwo verstecken müsste, würde ich als erstes dort versuchen. Okay. Wenn du ein Hellion begegnest, darfst du ihn nicht heraus, wenn du verstanden hast. Der hier sieht ganz danach aus, als wäre viel stärker als die schwächlichen Spinnen, mit denen du es in den Ruinen zu tun hattest. Ich weiß es nicht. Cleonsor, ihr dürft euch nicht zu viel tun. Schließt seid ihr noch bald die Jüngsten hier in der Illusion. Aber sollte ich sagen... Oh! Ich weiß nicht was ich sage! Ah! Ich zeig es vielleicht auf. Tut mir leid, du nicht hin Ähm, wie ihr es gel�ert? Ich weiß nicht... Oh, ich bin genauer Spaß. Wie heißt der Hej hab' mich Luna. Der Folge auf die inspirational kräftig war. so, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach unten, nachgucken, so, gehen hier runter, so, und gehen da runter, gehen auf jeden Fall, ich schieße mal da unten, ach der Wald, okay, dann auf, ich dachte, der Wald da unten, gehen wir durch das Tor durch, ist das, okay, wer steht hier, hallo, Sie sind, Ed, sorry, Miklo, wie wär's mit einem freundschaftlichen Wettkampf, die Smyron empfindet, hat gewonnen, ach, Ed, die Spaghetti, da ist doch der, Synthia, ich bin's, die Synthia, ich bin's, die Synthia, ja, wir wissen's, dass du bist, Synthia, ja, schade, wir können leider nicht mit dir reden, oh, wer ist diese Synthia nur, dass sie uns verschleiern lässt, wer wir sind, ey, was, ich verfeier gar nicht, Entschuldigung, Synthia, hey, die sind, Synthia, teuer, die sind ja, teuer, der war irgendwie voll dünn, irgendwie voll bekloppt, aber hey, this is the Witz of the Northern Light Games, okay, dann gehen wir jetzt mal runter und gucken uns im Wald um, wir haben ja einen Stern, der uns den Weg markiert, und dann also dahinter und uns umbringen können, mal gucken, ob wir den Helien finden und auch den umbringen können, und vielleicht ist es ja Alicia, der Helien, wer weiß das schon, Oh, verdammt! Mason! How odd, I didn't expect to find anything but the main course here, but now there's two more side dishes. What on earth is this thing? Is this the Helien? This is not the place for one such as you, leave it once. Imbudent brat. I can smell the fear wafting off of you, those tender arms trying to conceal their shivers. Siree! Mmm, aren't you a succulent treat? Siree! What? Did I stutter? I'm saying I'm going to eat you! As if! I can take you! Prepare to meet your doom, Helien! So. Wähle Martis Milinstorm aus und wäre das verborgene Artis mit A. Artis? Ah, das Menü. Wähle Martis Milinstorm. Ich seh da und sieht's der Himmelssturm. Das ist wirklich verborgene Artis mit, ja. Das ist wirklich verborgene Artis mit, ja. Hützahel! Ha! Ha, ha, ha! Ich weiß, ich hätte den wirklich schon besiegen können, aber hey. Oh, doch, das geht jetzt. Oh, doch. Oh. Oh, guys. Das ist tight. Aua. Oh, tauf, 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 jetzt. Come on, this is. Hup! Okay, noch. Oh, tauf, sack, sick. Oh, right your taste. Nein, nein, nein. Oh. I'll talk, aren't you? Still haven't had enough yet? Be gone. Mason! He ate Mason. Is this what Hellions are capable of? Away with you, evil being. Or you want to take us all on at once? Hmm. I shouldn't be snacking anyway. Not when the main course is getting away. Mason. We can handle the rest. Gramps, that fox-looking thing. Was that really a Hellion? They can talk to us? Yes. That's the form of a human who has become a Hellion. Corrupted, essentially. Humans can become Hellions? Now, it's time you went back home and rest. We should. Come on, let's head back. Right. So, it begins anew. Hm. Was auf der Erde kam es hier, um es zu tun? Wie wunderschön! Ich erwartet nicht, dass ich nichts aber den Hauptkurs hier findest. Hm. Was auf der Erde kam es hier, um es zu tun? Hm. Nicht, wenn die Hauptkurs hier rauskommt. Warte mal, war es nach... sie? So. Wir werden also aufbrechen. So wie es aussieht. Ja. Wir müssen das Dorf verlassen. Und verlassen. Weil entgültig diesen Ort... ...entgültig verlassenen Ort. Gut, andere haben wir nicht. Das ist sehr gut. Ausrüstung haben wir. Kein besseres... Ja, haben wir ja schon. Guck mal, alte O-Ringe. Ah, der hat aber mehr Fähigkeiten. Gut, die ist nicht besser. Die haben wir auch schon. Hm. Schwertblinde Rockhennen 3. Überhalten das erste Mal, würde ich sagen. Kapi Widerstellung. Oh. Entschuldigung. Ähm. Erscheinungsbild der... äh, der Kreatur. Ich bin das Erscheinungsbild der Kreatur. Ne, was? Wir haben jetzt nicht. Oh, älyss... älyssischen... 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 älyssischen Spezies. Die Jungen sind bereits Pflüge. Pflüge. Das Nest ist verlassen. Okay. Defense. Defense? Resins. Spirins. Rangus. Viel. Was ist da? Haben wir ja nicht nur Spinne, Stachelschwein und den Fragezeichen typisch. Ist das ein Überblick über die Geschichte? Ha. Ach. Was wir so ein bisschen erlebt haben und... Rekordaufruf. Gesamtspielzeit, Kampfzeit, Mühzeit, Kämpfe. Insgesamt. Entdeckte Gegner. Üben. Abgespielte Blattereien. Das... Ich glaub das, was davor steht, steht für... Das wir da für... ähm... Ich sag schon. Ja, wisst schon. Oh, Gott. So. Dann werden wir mal aufbrechen. Du 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 du. Aber... Ja, ihr wisst es doch. Erst in der nächsten Folge dann, wenn es heißt, let's play. Dails of Hysteria. Bis dahin. Kommentiert, favorisiert und teilt. Das war so rum. War schon eine Folge, wo wir es geschafft haben. Dich hier hat uns den Namen verraten. Ist abgehauen. Ein Helion, ein Mensch, nicht stellt es aufgetaucht und wir haben den voll vermöbelt. Ja. Prost. Der gute alte Mason ist jetzt... Helienfutter. Das gute Helienfutter. Das schmackhafte Helienfutter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Einerseits Tails of Hysteria. Und dann machen wir uns auf den Weg hinunter in den Wald. Probieren. Was ist jetzt sogar nicht da? Anscheinend wie so... Helien. Das ist wunderbar. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.